Hey, ich bekomme Funksignale von der Höhenprärie auf Hardings Frequenz. Sie verfolgen ein Tier und einen fliegenden Krieger. Bist du das? Nein, das muss Minang sein. Ich gehe. Welches Tier verfolgen Sie? Ich weiß nicht. Schicke dir die Koordinaten. Oh. Was habt ihr getan? Oh nein! Minang! Wach auf! Wach auf! Wake up, little Susi. Ist doch wach. Haben wir so eine Karte von Reddit abgeklappert. Sie sind mindestens 30 Paintings. Ach du Scheiße. Wow. Ja, ich denke, da kann man sehr, sehr viel Zeit in dem Spiel verbringen. Ohne DLCs. Was ja eigentlich geil ist. Nur ich bin dann jemand, ich mache das dann gern. Also ich mache die Story durch und so ein bisschen Nebenmissionen. So bei den verschiedenen Spielen. Und dann höre ich eigentlich im Stream auf, weil dieses Abklappern. Nö. Und dann mache ich das gerne auf der Couch weiter. Aber das habe ich jetzt nur auf dem PC. Das heißt, es wird nicht auf der Couch stattfinden. Und ähm... Das ist Star Wars Jedi Survivor. Alma, hörst du mich? Bin ich nicht so nach Freunden davon. Hab meinen Sakru getötet. Aber du, du bist sicher, oder? Kein HDR und so. Die Zeswar wollen Rache. Minang möchte die Hilfe des Widerstands. Sie sind verbündet. Ja, mit den Ü-Tausend-Stunden hast du erzählt das letzte Mal. Das ist ja abartig, ne? Das gerade war der Sakru, den wir damals angemalt haben. Ah, ja, 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 genau. Basuf, oder wie der hieß, ne? Da habe ich nämlich, ähm... Vorgestern das Video geschnitten. Da ist mir der... Der Name... Eingebrannt. Quasi. Basuk, genau. Da sind starke Verbündete, Daylan. Wir arbeiten zusammen. Wäre das denn nicht ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln? Weil wir so stark sind und so. Was die RDA getan hat, war schlimm. Sogar für die RDA. Das war richtig übel. Basuk. Aber ich weiß ja nicht. Die Kämpfe werden immer heftiger. Und nun steht das Leben von so vielen Leuten im Spiel. Sie möchten das aber tun. Uns helfen, Pandora zu befreien. Ich will nur nicht, dass Leute verletzt werden. Beziehungsweise. Zug. Ich muss, äh... Richtig ausgesprechen. Das sieht aber auch übel aus hier, ne? Rast des Läufers. Da hat es ausgerastet. Boah, da hinten, guck mal, schon wieder Texturprobleme. Alter, das stürzt ja bestimmt gleich ab. Was? Was ist mit dem Widerstand? Sie wäre gerne ein von uns. Ich vergesse oft, dass sie es nicht ist. Sie war die einzige Erwachsene, die aussah wie wir. Deine Wurzeln wurden für den falschen Boden verpflanzt. Meine wurden im Kampf durchtrennt. Unwandrig. Wir sind Suchende. Was ist das? Ich höre da. Ich erzähle es dir irgendwann. Aber nicht über dieses Spielzeug. Such immer weiter. Da. Hier. Und in dir. Sturm. Ja, ist er. Sturmjäger. Finde den Besitzer des Drachen. Da, ich habe ihn. Gefährliche Höhe. Oh, oh. Na, das war ein Glück. Wuh, wuh, wuh. Ich weiß, du liebst. Doch ich kann es nicht mehr rein. Ah, hier. Jo, was geht? Saren Tu, du hast unsere Drachen gesehen. Naku und ich haben die schönsten Drachen gebaut. Unsere Liebe steckte in jeder Faser. Jetzt, wo, wo Naku tot ist, kann ich keine Drachen mehr bauen. Ich habe alle unsere Drachen in die Tiefe geschleudert. In die Höhe, oder? Als ob mir das helfen würde. Ich habe einen deiner Drachen gefunden. Er wurde vom Wind über die Ebenen gewirbelt. Wirklich? Vielleicht sind da noch mehr. Ich habe zwei gewonnen. Töricht. Ein Impuls. Naku hätte mich beschwichtig. Ich habe die Erinnerung an unsere Liebe geschmiert. Du müsstest dich dann selbst durchschlagen. Als ich die Drachen entsorgt habe. Ob ich das hinkriege? Vielleicht sind ein paar bei der zerschmackerten Brücke. Ich habe es nur ins Auge gefasst. Ob es stattfindet, kann ich noch nicht sagen. Bist du bereit für einen Kampf? Alles haben sich lustig. Sehr gut. Sehr gut. Das ist cool. Was ist mit dem Widerstand? Irgendwo hier. Ich vergesse oft, dass sie es nicht ist. Sie war die einzige Erwachsene, die aussah wie wir. Da, ich sehe ihn schon. Da haben wir noch einen. Bremsen, bremsen, bremsen. Drei von neun. Okay. In den Zweigen des gebogenen Baums. Da. Noch eine Windflöte ist es jetzt die, wo hier... Können wir die auch mal starten, wenn wir jetzt nicht gerade angegriffen werden von irgendwas? So. Ah, falsch rum. Duis, Paddel. Ach da, guck mal da. Da oben. Das Ding gemeint. Ah ja, perfekt. Ich hab ihn. Noch vier. Okay. Jaja, schrei doch nicht zu. Alle machen sich kampfbereit. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Die Zeswar sind starke Verbündete, Daylan. Wir arbeiten zusammen. Wäre das denn nicht ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln? Wenn wir so stark sind und so. Was die RDA getan hat, war schlimm. Sogar für die RDA. Klar, das war richtig übel. Aber ich weiß ja nicht. Die Kämpfe werden immer heftiger. Und nun steht das Leben von so vielen auf dem Spiel. Sie möchten das aber tun. Uns helfen, Pandora zu befreien. Ich will nur nicht, dass Leute verletzt werden. Ja, alles recht nahe beisammen, ne? Das ist ja gut. So, dann haben wir wieder ein Körbchen. Komm. Da sehe ich einen. Jetzt schnappen wir uns direkt. Was hat mich da gesehen? Was wollte mich da... Ah, hier mal wieder so eine... Säbel, Flügel, Motten... Mission. Warte, ich schmeiße mit Granaten. Spinnt ihr? Hier. So, okay. Da hin. Ja! Ja! jetzt nicht gleich da bitte ok so hinterseite dann fliegen wir mal hier außenrum hier vorsicht so ein werbel ärger verdammt ja an der weg wie war das mit dem mann schützen dass du aufzuschießen tut doch weh ja geil da drin ist er ich habe das probierpaket vor einem jahr mal bestellt ja ja genau und jetzt kannst du wenn du willst nochmal sparen es gibt eine sorte hier sind sie gar nicht mocht und das war blut das hättest du nicht für mich tun müssen du bist zu großherzig koma ist mir nicht fremd faser jeder trauert anders könntest du mir vielleicht noch einen weiteren gefallen tun ja dann gibt es der kleine finger da wird sie gleich die ganze arm etwas für naku tun aber ich brauche hilfe naku und ich hatten einen besonderen lieblingsort nicht weit von hier ich soll jetzt aber kein schweinkram mit dem machen als abschied oder dieser alte drachen könnte etwas farbe gebrauchern warum lädt er die dinge nicht es gefällt mir nicht die ersten stunden in dem spiel war hier gar kein problem das ist dir hier gefällt nicht erst gut und verlässlich schön dass du da bin verlässlich ich dachte wenn ich die drachen los werde wird die trauer weniger genau wie wenn man einen toten ast vom baum schneidet aber trauer ist keine krankheit so stahl ich mir auch meine erinnerung an naku aber ich kann ihn nicht alleine steigen lassen jetzt mal von drei wochen oder so dann ist mir die maschine kaputt gegangen aber dann direkt neu bestellt und heute erst ausprobiert die kleine wellensittich ich weiß dass du mich hörst ich habe dir mein herz verschlossen um alleine zu trauern es ist zeit dass wir wieder frei sind so frei wie der wind in den ebenen wenn er will das war wunderschön fachsam bist du okay nein aber es wird besser werden ich brauchte das ich trinke aus meiner tasse bitte anstand als dank ich bleibe eine weile hier mit meinen erinnerungen so dann sag ich mal ich will nur dass du sicher ist hier los worauf wartest du dein großvater braucht deine hilfe beim melken also bitte ich habe so nachgedacht und bitte tochter wir müssen arbeiten keine zeit für träume ich mag schreckenspferde und als es war sollte ich reiten lernen wir reden später darüber wartet schon ich habe eine herausforderung abgeschlossen habe ich wieder was cooles gekriegt ich habe etwas von seiner unterhaltung mit woher sie klang traurig eine setare perle um pferde dass sie meint es nicht ernst ich dachte alle die rückseite ist das für deine tochter nicht wichtig als ihre mutter als sie starb hat sie ein schreckenspferd zu uns gebracht und wo er mit ihrer mutter so sehr das wusste ich nicht ich bin kein narr ich weiß dass sie reiten lernen muss aber später es ist zu gefährlich für sie zu auch mal die rückseite aber wenn genug bitte kein fremder schreibt mir vor sprich mit die perlen kann beim shop von kukulope gegen kosmetische gegensteine eintauschen ok da habe ich nämlich schon einige gekriegt durch diese herausforderung also ein kleines regengesicht reitet ihr sahen zu so gerne wie wir schreckenspferde sind so majestätisch und frei wenn ich doch nur auf einem reiten dürfte hast du versucht es deinem vater zu erklären vielleicht vielleicht unterrichtet er dich wenn er weiß was es dir bedeutet ja aber er weigert sich er meint ich sei zu sorglos mit den schreckenspferden und er habe angst um mich vielleicht wenn du ihm zeigst dass du es langsam angehen lässt und kein risiko eingehst in der nähe gras eine herde eine der stuten ist sanft aber auch vorsichtig wenn mein vater mich mit ihr sieht traut er mir vielleicht aber nein wenn ich die arbeit vernachlässige um sie zu holen wird ich hole sie für dich ich kann sie herbringen damit du sie deinem vater zeigen kannst was würdest du das wirklich tun natürlich komm du findest die herde von einem höheren plateau aus halt ausschau nach meinen malereien mit schreckenspferden die stute hat schönes rotes fell bitte freunde dich mit ihr an und bringe sie her das wäre toll ok dann müssen wir gucken wie die malereien uns den weg zeigen ist das hier so ein von wegen in die richtung oder eher in laufrichtung weil da unten waren ja schon welche ne hier leider muss ich jetzt zur arbeit ja geh arbeiten ich hole dir dein äh tierchen was ist denn hier los oder einfach der lichtkugel ich vergesse das immer ach komm ich nehme ja da mal ein tierchen zeus einen wunderschönen guten abend genau so jawoll trinken trinkwärter wieder da alles fit junge man aufsteigen hast du eine einzelne zwischenprüfung schon ausgiebig gefeiert hier abspritzen hier abspritzen bei mir so weit alles in ordnung kann ich klagen die hock ist jetzt zu schlafen oder hast aber wirklich gefeiert dann hast du wirklich gefeiert aber gut ich bin heute auch um 7 bin ich aufgestanden und hab dann auch ein kleines mittagsschläfchen gemacht vorhin aber das ist jetzt schon seit ein paar vielleicht seit drei wochen vier wochen wo ich das plateau perfekt zum grasen aber keine herde mal sehen auf jeden fall mal klauen was ist denn hier passiert eine falle zeigt mir gar nicht anders dass ich was machen können jetzt die adi jagt jetzt schreckenspferde unglaublich kann die abgase noch riechen mein treues ross es interessiert dich bestimmt dass die rda auch schreckenspferde jagt du machst witze das ist nicht wahr sie machen wirklich von nichts halt für den profit denkst du hardings leute sind involviert könnte eine splittergruppe oder jemand mit derselben idee sein muss mir das ansehen folge den abgas geruch der adi fahrzeuge die großwerte beginnt in der nähe der fallen ritten ah hier jawoll auf gehts jetzt kann ich dem geruch nachjagen jawoll und eben mehr der nase nach pferdchen komm wir reiten mal wieder zum alter bohrturm kampf spuren was war hier los ein kampf würde ich mal behaupten es hat vielleicht zu tun mit kaputter käfig hat vielleicht zu tun mit mit dem eigentlichen nicht oder da wollte schreck das pferde fangen doch eins ist tot mause zurück zur basis das hat vielleicht zu tun mit damit herde entwischt die gibt die jagd auf die adi wollte die herde fangen aber die entwischt der geruch der schreckens pferde liegt noch in der luft die fährte beginnt bei den käfigen westlich das ja ja da in die richtung auf kampf na dann zeig mal na 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 was hast du noch für mich ach da wieder so ein glockenbaum sie versteckt sich in der rastlosen bucht das geht nicht vom pferd aus versteckt sich in der rastlosen bucht roter als jetzt wird es auch schwarz und schwarzer ganz ruhig feines mädchen sagte sagte ganz ruhig ich bringe mich zu einer freundin du bist eine ganz sanfte hat gut gewählt so genau offene püri bedeutet meist ärger kommt erst mal das erledigen ja cool haben wir das vier recht schnell gefunden eben abspritzen und eingeschlagen oh pumas lass mich du bist hier was hat das zu bedeuten ich also ich bin mir nicht sicher vater ich will reiten lernen und ich möchte mit dieser stute üben rohls das ist viel zu gefährlich für warte das ist die stute der nahen Herde die fachliche warte ich habe sie für warte gebracht der großteil der Herde konnte den himmelsmenschen entkommen sie hatten glück du kennst dreckenspferde wie deine mutter schön ich werde dich unterweisen doch wenn du meine klaren anweisungen nicht befolgst dann bekommst du nie wieder ich glaube ich muss sie gleich retten ich muss mit dem mädchen sprechen sie versteht die gefahr nicht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal